Wird mal interessant, ne? Ja, ich bin, ich bin drin Okay War zu spät Leute, Leute, Leute Einmal lieber ein bisschen Heilung jetzt Der hinten hat noch keine Okay, die kommen ja gar nicht mehr Ich glaube, das haben ja Das haben ja mega gewonnen Die kommen gar nicht mehr vorbei, um irgendwas zu machen Ja, wieder Sieg Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Ich kapier's nicht Aber ich komm nicht zum Highlight Die anderen sind so verdammt gut, glaub ich So, wir machen jetzt noch eine Runde Hier Mit meinem Heiler Und dann machen wir ein paar Runden Arcade Und wie ich ja gesehen habe Ist ja gerade so Dass Soldier 76 Nur nehmen können Wird mal interessant, ne? Ja Ich bin, ich bin drin Und ich wurde episch gedrückt Aber ich hab nichts selber für mich gedrückt, ne? Doch, ich hab für mich selber auch gedrückt Sorry Wie fuck geil ist das denn? Gibt es extra Punkte? Komm, 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 komm Biken, biken Also, kann mir das episch Hat mir dann nichts gebracht, oder? Naja Weiter geht die wilde Fahrt Hoffentlich Oh, Tempel des Anubis Wir gehen zum Tempel des Anubis Und machen die anderen platt Ähm Natürlich spiel ich den, weil Das andere wäre Talent Frei Ich hab Hallo gesagt Ich hab da nicht Hallo gesagt, oder? Hallo? Hallo, kann mich jemand hören? Ist der Match Begit Raiden Komm Ich will mit meinem Wurbel spielen Da hätten sie irgendwie machen können, dass man Oh Dass man hier ein bisschen Dotteln kann, ne? Schade, schade Oh Hier ist das Kartenspiel Wie heißt das nochmal? Hearthstone? Hearthstone? Ist auch lustig Okay Ich zeig euch, wie ich rumhüpfe Peace, Leute Cool, wir haben einen neuen Skin für ihn Also, ich denke mal Wir werden bald die Lukeboxen aufmachen Um zu gucken, ob wir einen geilen Skin für ihn hier haben Wenn ich schon den am meisten spielen, möchte ich auch zurück mit ihnen Ich hab jetzt auch hier Graffiti rausgefunden Steuerkreuz nach oben Aber ihr wisst es bestimmt hundertprozentig schon Ich muss jetzt nur noch Graffiti wechseln Fünf Vier Drei Zwei Triple 20 Triple 20 Nee, oder? Triple 20 Ich auch Was? Was war das? Boah, ich hab so viel rumgeballert, dass ich keine Muni mehr hatte Was so unwichtig ist Nein Na, da war ja mal ein paar Kills gemacht Schmerz ist ein hervorragender Lehrmeister Okay Das hat mir auf Guteil gesagt Ich bin so scheiße ausgerüstet, dass ich auf jeden Schauschall zu achten muss Und auch auf Roboter, die wollen Exitzen und wieder auch runterschützen Äh, schießen 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 Hochunterschützen Wie wollen wir da jetzt lang kommen? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist ein schwacher Schiff Wir werden es schaffen Denn ich werde jetzt heilen wie der Heilgott Wenn es jemand zum Heilen gibt Ich glaub, die Map liegt mir nicht zu, weil Da kann man so viele Camper Sprache, die gibt's da Sag ich doch Teil mal Äpfel Das ist nicht gut, wenn der mich in Visier hat Das ist nicht gut, wenn der mich in Visier hat Das man da vorbeikommt Und die hat halt schon coole Sachen Wo man da ein bisschen stärker drauf reagieren kann, ne? Muss nur gucken Ich hab die jetzt natürlich auch schon ewig nimmer gespielt Hier R1 ist die Wand und da kann ich mich, mit R1 könnte ich mich, äh, ähm Okay, hier war das Okay Naja, aber ich hab da ein bisschen Oh, ja, ja, jetzt War nicht gut, aber Ich war mal drin Die sind ziemlich schwer Die spielen echt gut Bei den Glücksschritte an der Lände Ein abruptes Zwei Minuten, 17 Leute, komm Wir müssen vor Wir müssen den Punkt einnehmen Wir müssen, wir müssen, wir müssen Okay, das wollte ich nicht Ich wollte eigentlich schießen So, komm, ja Ja, ich wusste, dass er mich Ja, okay Ich bin da einfach nur So lange wie möglich Komm Oh Erstmal so Okay, komm Und wir müssen noch das scheiß Punkt uns Dann verreingenommen haben, oder? Leute Leute Das ist unglaublich Das haben wir so verloren Noch 60 Sekunden Ja, ich weiß Wir gehen auch zurück in den Kampf Ich kümmere mich um das Oh, komm, komm Oh, Mann Die haben es auch nicht geschafft Aber mit ihr kann man wenigstens da ein bisschen nerven in dem Punkt Dadurch, dass man sich halt Das unverwunden machen kann Und dann auch mit dieser Eismauer So So Nein Ich hätte es früher machen sollen Nein Bis die Wand an Aber ich wollte den Roboter töten Du ist ja schön Ich weiß, aber das schafft mir den Übelkopf nicht bei ihm zum Köln Ja Die Runde haben wir sowas von gelost Gelost Also Jetzt zu dies Noch 10 Sekunden Zeit ist gleich um Hübschmer Super Scharf 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 Genau, hilft mir dabei Schau dir das mal an Zielpunkt A1 Ja Ja Greif uns den Zielpunkt B an Oh mein Gott Wir haben es geschafft Wo ist jetzt Zielpunkt B? Kann man da rüber? Nein Ach, hier Komm, dann gehen wir jetzt rein und holen den Punkt auch noch Werden die da angegriffen Hilfe, Hilfe Alter Da wird dir gleich wieder warm Ach fuck Was ich da machen will Alter Falter Da steht ja alles drin was Rang und Namen hat Oh flucht es Scheiße Wackelpudding Ich liebe Wackelpudding Wackelpudding Meister Ja Die ist so schwer ne Die fliegt da immer runter Komm, komm, komm Wir müssen jetzt Wir müssen jetzt was tun Wir dürfen Wir müssen B einnehmen Sonst gibt's ne volle Äh Juhu, komm Ich bin drin Komm ich da nicht mehr raus Das wird sie eine Weile aufhalten Oh fuck Ich hab noch auf beiden CD Kappen Kann echt nix machen Leider Gottes Aber jetzt hab ich Special Ich bin wieder da Ich bin wieder hier in meinem Revier Ich fahr niemals weg So ein Dreck Okay, da geht's mega ab Oh Gott Da komm ich doch gar nicht hin Es gibt immer mehrere Wege nach oben Nein Wenigstens zugucken wie sie gekühlt werden Fuck Hat er mich doch noch gesehen Nein Ja, das B kriegt man nicht Entschuldigung, die stehen da ja drin Als wären die Man nennt mich McCree Da drin gewachsen Darin gewachsen Ne, also das Hüpfen funktioniert nicht auf sich an So, wir müssen da jetzt mal Schauen Ach, ne Ich wollte sie Ich wollte sie da vorne ein bisschen irritieren Mit einer Eiswand Was man dann vielleicht doch schaffen Da jetzt rein zu krutschen Aber Das ist gerade ein bisschen kompliziert Wir brauchen dich Wir brauchen dich Wir brauchen dich Komm doch rüber, Mann Und setz dich zu uns hin Wir brauchen dich Ähm Noch mehr alte schlechte Lieder Ich, ich weiß nicht Und dann komm da Das ist doch doof Oh, come on, hier Ja Oh, wow Komm, komm Wir setzen uns jetzt hier hin Das ist doch noch egal Nichts Nein, nicht jetzt Nein, nicht jetzt Nicht jetzt Ich bin beleidigt Alle zählen auf dich Sowas von beleidigt Unglaublich Aber wir Kennen jetzt glaube ich einen Weg Wo die jetzt nicht mehr gerechnet haben Da könnte ich ja machen Was ich wollte, ne So, dann laufen wir nochmal den Weg So, hier hinten hoch Nein Drei-Fach-Kill Vier-Fach-Kill Vier-Fach-Kill Nein Ja, so war aber nicht schlecht, ne Oh, mein Gott Ich muss mir mal Bei so einem Balken mit irgendwas drin gestanden Habe ich jetzt aber nicht gelesen Ehrlich gesagt So, komm, komm, komm Bitte Nein Niederlage Was ist das? Ich wollte das nie wieder sehen Na, die erste Runde haben wir doch gewonnen Ach, Niederlage Die erste Runde kriegen wir an uns Na, das hat sie gut gemacht Dafür kriegst du das Highlight Und natürlich auch den Kreis Ja, von mich hat es leider nicht gereicht Die haben eine gute Szene Kapitalis Ist okay Das ist in Ordnung Wollen wir jetzt noch eine Runde von da spielen, oder? Ne, wir gehen jetzt Na komm, eine Runde noch Weil ich weiß nicht, wie gut ich mit solcher bin Und dann haben wir nämlich noch eine Lootbox, um wir öffnen können Dann sind es uns sechs Stück Na egal, das ist kein Highlight Ich denke, da hat jemand mal 20 Stück aufgemacht, oder so Aber ich kann nicht mehr warten Ich muss schauen, was für Skins drin sind Was für Kaffitis Was brauchen wir denn? Wenig Team-Schaden Ja, ich spiel'n schon so eine In-Hier und sie Ja, dann nehmen wir sie nochmal War ein paar coole Seen dabei Und die finde ich so süß Und ich wurde rausgeschmissen Wegen was? Zu wenig Gegner? Es gibt niemals zu wenig Gegner Ein Gegner ist sogar schon zu viel Gegner für uns Okay, hier, nochmal sie Kein Schau- Ach toll, jetzt hab ich da nicht aufgepasst, was wir nicht haben Ich schau' jetzt aber mal Green Screen Da fügt man dann nachher irgendwas rein, so Jurassic Park oder so Warte mal Ne, wie geht das nochmal? Hier, so Ach ja, so Green Screen Wo ist sie denn? Oh, es geht schon los und ich eier hier rum Oh mein Gott Die sind schon alle weg Leute, wo seid ihr? petrol Bebebedebebebe Angreifen Hallo So, wir, wir, wir machen das diesmal voll oft geheimnisvoll. Wir verstecken uns und wenn dann ein Kill zum abgreifen ist, jetzt, dann leften wir raus und rennen wieder weg, weil da zu viele Leute sind. Wir müssen das ein bisschen geschickter machen. Sack die Hände an. Ihr könnt mich mal. Okay, ich glaub, da war ich nicht am Kontroll, aber... Ah, ich hab mir von dann lauter Angst für die Puchse gemacht. Na, komm, komm, komm. Wir schützen wieder. Unsere Aufgabe ist, nicht viel Kill zu machen. Unsere Aufgabe ist hier, das Gebiet zu sichern. Wir haben wirklich keinen Heiler, ne? Aber hier drin war doch irgendwo so ein Hai-Kugel. Ach man, jetzt, du warst so nah und dann hab ich gedacht, du bist der und dann hab ich dich geschossen und... Egal. Nein! Ich wollte sterben, weil... Mit so ein wenig Leben kann ich nichts schützen im Gebiet, ey. Der hat mich einfach so erwischt, ne? Ich muss wieder zurück. Sie brauchen mich. Okay, auf mittlere Distanz hat Solcher 76 uns gerne. Also, wo gehst du hin? Warum rennt denn der da? Komm, gut, gut. Wow. Ah ja, ist schon der hier. Ich mach jetzt voll ein auf Hardcore-Frosti. Hier, Unterkühlung. Oh, ich bin hier weg, lieber Heinz. Die werden sich rächen wollen. Warte mal, warte mal. Okay. Komm, komm. Wer gibt's hier? Nein! Die war voll weit weg. Ich hab gedacht, der ist unter Eck. Der ist Solcher 76. Und der ist ein Sipsis. Aber dann war's die Alte da mit ihrem Kampfanzug und hat davon... Durch die Tür geht's nicht rein. Aha. Du bist auch gut. Wo geh ich jetzt hin? Ach da. Guck, hier ist ein Leben. Gut zu wissen, aber ist ziemlich weit weg. Der muss doch auch irgendwo näher ein Leben sein, wo wir auch kämpfen. So, hier hab ich nix hier. Nein. Ach, komm. Aber wie es aussieht, haben wir... Ah, und ich denke mal, das werden wir auch schützen. Wo bin ich verdammt ober... Los geht's! Ich hab dich im Visier. Wen hast du im Visier? Wie? Mich? Alter, mich? 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 Geh das wie jetzt! Geh das wie jetzt! Bitch! Du bist mal tätig. Was war das? Habt ihr... Hier ging's ja voll ab. War das ne Artömbomb? Ne Artömbomb? Noch 10 Sekunden schneller. Ding, ding, ding. Die Mucke wird schon wieder laut, aber... Ja. Ich versuch's ja, aber ich bin so langsam wie... Fisch. Gut. Die Runde haben wir. Juhu! See! Ding, steht am Park of Sirius. Da steh ich. Highlight des Spiels. Highlight des Spiels. Redaktivität. Musik ist so episch. Was? Nur zwei? Nur zwei? Das ist ja hart. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020